Lois, warum sind wir hier? Hier hocken bloß lauter reiche Snobs rum. Wir essen zweimal im Jahr mit meinen Eltern. Freu dich einfach. Normalerweise dürftest du in so einen Laden überhaupt nicht rein. Griffin, komm schon, bestell endlich! Entschuldigung. Haben Sie hier Hummer? Haben wir nicht. Hummer? Schade. Verdammt, Griffin, du starrst seit fünf Minuten in die Karte und hast in die Hose gepisst. Ähm, haben Sie hier Hummer? Steh auf, die müssen den Stuhl putzen.